ja hallo zusammen da bin ich wieder beim let's play zum june 2000 bei der letzten mission der orders freunde jawohl wir haben beim letzten mal schon die basis hier so weit aufgebaut dass wir sagen können jo verpasst und ja jetzt haben wir jetzt hier noch so ein paar letzte überreste hier aufzubauen und genau wir haben zwei sammler und ein flugzeug und der gegner der kam letztes mal ziemlich heftig angeschissen wie wir auch hier wieder seht und ja würde ich sagen war euch jetzt hier noch die letzten raketentürme es geht hier direkt los und ja genau ich war beim letzten mal auch beim hier beim erkunden dabei und da links da geht es wieder ab aber ich würde sagen ich erkunde jetzt erstmal weiter wo denn schon wieder außerhalb der range ich hasse das jetzt hör auf lass den scheiß dann zieh den mal hier rein los zieh den mal hier rein komm ja sehr schön so gut brauche ich noch eine energie gleich oder erst mal nicht so weg damit sehr schön freunde ja wie gesagt schön dass mir wieder hier eingeschaltet habt und ja sehr cool so ich muss aber gleich mal wieder kurz meine uhren machen ja ich habe es wieder geschafft es zu vergessen so 28 minuten zack gut wir haben hier den sorgner zur verfügung genau der kann sich auch sehr gut selber verteidigen und da müssen wir auch darauf aufpassen weil der kann die seiten wechseln beziehungsweise der kann sagen ich mache jetzt nichts mehr und dann kämpfen wir alleine gegen drei gegner und das ist scheiße saboteur bereit freunde sehr gut ja wir hatten letztes mal auch schon den palast aufgebaut hier und dann schauen wir einfach mal weiter so was gibt es denn hier noch so ein raketenabschluss okay alles klar weiß ich bescheid was für eine die sind so heftig freunde dieser kasse ich habe so respekt vor denen ganz einfach sammler komm mal her Fadermatt nein nicht voll auf meine ach das ist doch ein penner eh wirklich verdammt noch mal da hat er mir eine raffinerie weggenommen aber das ist egal ich wollte sowieso einen dritten sammler bauen ja bei commander conquer jetzt den trick beim dritten sammler bauen einfach eine raffinerie bauen und die dann verkaufen dann kriegt man den sammler billiger aber das funktioniert hier glaube ich nicht das geht hier nicht gut dann stelle ich die mal mit hier unten hin ja die mannequin einfach so zum ablenken so die kriegt ja schon ja sehr gut einfach hier ein bisschen feuerschutz geben so da hat er echt meine raffinerie weggenommen krass so mach den kaputt verdammt beide weg jetzt wird es aber langsam krass was der gegner da macht also ich habe kein geld mehr ich kann nichts mehr zur unterstützung schicken aber das passt schon der ist der ist auch nicht der schlauste der gegner ne ne gut der hat da so viele einheiten und entscheidet sich mit belagerungswaffen sammler anzugreifen also das ist naja gut ich kann da nichts machen typ tut mir leid ich muss selber grad gucken was ich hier auf die auf die reihe bringe so ich habe jetzt auf jeden fall die drei sammler der soll mal besser hier weg gehen gehen wir da weg zum glück sind die doof schaut euch das mal an der hatte so viele einheiten hätte eigentlich voll hier rein rennen können aber hier fehlt eine energie okay warum fehlt eine energie voll ne so zwei saboteure gut dann bauen wir die energie einfach so türmchen reparieren und du gehst mal da hin bitte nein 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 ähm mach das mal so oh nö leute keine fremen nicht nicht die auch noch nicht die auch noch leute das muss doch nicht sein so würde ich sagen baue ich jetzt noch mal vier silos der sammler fährt da drüber natürlich natürlich freunde mein spiel ist abgestürzt ich sag mal bis gleich ja da bin ich wieder ja ich musste jetzt alle noch mal fünf minuten nach spielen aber freunde das ist nicht so schlimm gewesen wie ich dachte ich scheiß windows update ich sag's euch. Dieses Scheiß-Windows-Updates. Ich weiß jetzt nicht, warum der Samstagabends immer das macht. Und wie ihr seht, wir haben den Angriff eben besser überstanden. Der Söldner, der macht jetzt hier ganz schön den Sammler platt. Und, ah, Luftangriff. Ja, was man so sagen, gibt die Rakete, die hat eben... Ja, sehr schön. Die Rakete, die hat eben wieder meine Raffinerie platt gemacht, tatsächlich. Deswegen haben wir auch jetzt schon wieder die drei Sammler. Alles gut. So, der kann jetzt da, wie er will, hier rumschmeißen. Und, ah, nein, Leute. Das ist so nervig, ey. Diese Sounds, wenn die Energie weggeht. Das ist so nervig. Wirklich. Aber wir haben's ja jetzt, ne? Moment. Warum haffen? Ich kann mir mal noch... Was kommt denn da an? Ach, du Scheiße, Freunde. Aber das passt. So. Ich hab's kein Geld mehr zum reparieren, verdammte Hacke. Aber das passt schon. Der geht wieder weg. Sehr gut. Der haut schon wieder ab. Gut, Freunde. Hab ich noch meinen Trike hier, also meinen Raider? Den hab ich sogar noch. Sehr gut. Genau, wir waren ja hier beim letzten Mal stehen geblieben mit der Erkundungstour. Was? Oh. Riechen mal weg da. Los. Ich fahr nach Hause, ey. Was machst du denn? Der sammelt da echt eiskalt vor dem Gegner. So viele Sadukas. Ach, du Scheiße. Fahr schneller. Fahr die kaputt. Oh, Leute. Nein. Ein Sammler ist weg. Ah. Wir gewonnen so zerronnen, der dritte Sammler, ey. Wir gewonnen so zerronnen. Die Sadukas, die sind so heftig. Die sind so heftig, Freunde. Ich hab so Respekt vor denen. Die darf man nur leider echt niemals selber spielen. Keine Ahnung, warum das Spiel ist das nicht erlaubt. Finde ich echt ein bisschen schade. Aber, ja. Aber ich hab ja einen Tipp bekommen, dass, wenn man das Gebäude erobert, also einnimmt, dann kann man die wohl bauen, aber... Das ist mir zu viel Sneakerei, ganz ehrlich. Ich hab's lieber so offen, mit offener Waffengewalt hier. So. Wenn ich's denn nicht bauen kann, dann kann ich's halt nicht bauen. So. Ah, da kommt wieder was, okay. Ah, das ist nicht schlimm. Das kriegen... Oh, nein! Meine Werkstatt, die muss ich verkaufen. Die muss ich verkaufen. Tschüss. Ja, super. Dann lenkt die mal ab da. Hätts schon wieder so viel hier. Oh Gott! Leute! Und ich hab keine Werkstatt. Oh, tschüss, Sammler. Shit. Ach, du Kacke! Jetzt hör doch mal auf! Ey, Freunde, das ist ja wohl nicht wahr jetzt. Ich muss meine Werkstatt neu bauen. Der hat mir zwei Sammler geklaut. Ey, krass. Na gut, das ist kein Problem, Kampfpanzer. Ja, gut doch, oder? Ja, komm, dann schieß mal da drauf, da los. Schieß da drauf. Nein, nicht überfahren lassen. Ach, Mann, ey. Ich brauch unbedingt Einheiten da unten zur Verteidigung für den. Aber vielleicht läuft's ja so, wie beim letzten Mal, dass der da irgendwie wieder hochgeht, oder so, hä? Brauch mal ein Quatsch zur Ablenkung. Konstruktion bereit. Ah, oder komm zu mir, ja, das ist gut. Komm zu mir. Hör auf! Ah, sehr gut. Sehr gut. Lieber Soldner. Uh, scheiße. Aber den kannst du nachbauen, das ist kein Problem. So, mein Quad. Die Kohle muss dafür reichen. Komm schon. So, sehr schön. Geh mal direkt mal da runter. Du brauchst jetzt Unterstützung da unten, Junge. Wo denn? Och, nee. Wissen Sie was? Ich stell den Raketenturm mal da hin. So. Jetzt hör mal auf da. Zu nerven hier. Gut, dann. Ich stell mal den Raketenturm da hin. So. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh, oder, ja, keine Ahnung, gar nix. Raketenabschuss, sehr super. Das ist also deine Antwort darauf, ja. So, du kannst dich ja wieder aufbauen, ne? Oder mach den kaputt da. So. Ah, gut. Das geht noch. Ich brauch Sammler. Unbedingt Sammler, ey. Leute, ich hab nur einen Sammler. Ja, ich hab nur einen Sammler. Das ist jetzt gerade Mist. Sehr gut. Das ist jetzt gerade echter Mist. So, dass der Raketenturm hier weg ist und der den nicht nachbaut, ist auch Mist. Kriegt aber jede Menge Verstärkung. Das ist schon mal ganz gut. Joa, Freunde, da bin ich ja hier in der Folge wieder voll mittendrin hier. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's sehr gut. In diesem schönen Samstagabend. Und der kommt jetzt rein mit Kohle. Das ist schon mal ganz gut, weil dann spare ich die Kohle mal. Oh, und weißt du was? Zu welcher fliegst du? Zu der da oben, ne? Dann verkauf mal das Ding hier. So, dann baue ich einfach einen neuen. Eine neue Raffinerie. Was soll denn der Geilz? Dann stellen wir den einen Turm da hin. Und dann baue ich mal eine neue Raffinerie. Muss ich jetzt halt ein bisschen länger warten. Für, äh, drauf, ne? Wo ist mein Raider? Der ist kaputt. Okay, der ist kaputt. Scheiße, der Raider ist weg, Freunde. Und gut. Aber ja, wir sehen ja schon mal einiges hier, ne? Gut. Muss ich jetzt einfach abwarten, bis die Raffinerie fertig wird. Und ich muss das Zeug hier reparieren. So, ich muss das Zeug hier unbedingt reparieren. Ich hänge hier gerade so ein bisschen fest. Hm. Okay. Egal. Gut. So. Dann. Was machst du denn? Achso. Oh. Da sollte ich mal mithelfen, ja? Bau mal den Turm wieder auf, Junge. Was soll denn das? Warum baut er den Turm nicht wieder auf? Naja, egal. So, Saboteur ist wieder bereit, Freunde. So, genau. Kann man den abbrechen? Ne, ich dachte schon. Ja, dann. Helf mal hier. Los. Gehen wir da hinten drauf. Mach den mal kaputt hier, so. So. Oh, warum sind die stärker? Hä? Warum sind die stärker als meine? Das ist unfair. Na, dann. Helf mal hier. So, schön auf die Trikes hier. So, sehr gut, Freunde. Ja, das mit der Kohle, das kann jetzt ein bisschen dauern, leider. Ähm, ja. Ja. Ja, dann. Keine Ahnung. Schieß doch auf den scheiß Trike da. Alter, was kommt denn hier schon wieder alles an? Du meine Güte. Das reicht nicht, Leute. Das reicht nicht. Ich, ich kann ja nicht, ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun, um denen da zu helfen. Ah, nein. Jetzt hör auf. Kommt noch ein Luftangriff an. Ah, sehr gut. Immer schön auf die... Ja, sehr gut. Okay. Ich kann natürlich... Ich hab jetzt nichts zum Reparieren. Und ich will's auch nicht nochmal neu. Ah, Leute. Geht das kaputt? Das geht nicht kaputt. Immerhin. Freunde, immerhin. Nicht auf den Sammler. Ah. Ja. Ja, ich kann da nichts machen, jetzt. Na, tut mir leid. Dass mein Flugzeug jetzt hier so rumkruft, das ist auch nicht gut. Ah, lass dir doch alle Sammler wegnehmen, ey. Holt ihn doch ab. Sehr gut. Vielleicht schafft er das sogar. Was machst du denn? Ja, dann bist du doch selber schuld. Tut mir leid. Dann tut's mir leid, Junge. Dann bist du auch selber schuld. Friemen wieder, ey. Meine Güte. So. Jetzt muss die Kohle aber reichen dafür. Sehr schön. Da haben wir jetzt wenigstens den zweiten Sammler hier wieder. Ach, Mann. So. Dann brauche ich die Kohle wieder zum Reparieren. Die reicht noch nicht mal zum Reparieren. Sehr gut. Genau. Immer schön auf die schwachen Einheiten. Oh, Leute. Ah, verdammt. Ja, das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. So. Jetzt wird die Mission ein bisschen ekelhafter. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Aber die Verteidigung steht. Meine Basis steht fast. Dann kann ich gleich wieder weitere Deviatoren bauen. Der soll mal zu mir kommen. Der soll mal nicht immer zu dem Söldner hier gehen. Das ist unfair, Leute. Ein unfair, Junge. Hat der jetzt eigentlich wieder einen Sammler? Ach, Friemen. Egal. Das kann ich reparieren hier. Ja. 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 Keine Ahnung. Was die da sagen. Ja. Alter. Ja gut. Aber wenn ein paar hier zu mir kommen, das ist gar nicht mal schlecht. Ich habe drei Flugzeuge schon. Krass. Ich habe ja schon drei Flugzeuge. Heftig. Warum fährt der manuell? Naja. Keine Ahnung. Ja. So. Das passt noch so. So. Ja. Hier sind die Basen. Okay. Was hier hinten ist, weiß ich nicht. Werde ich später erkunden. Ich brauche noch einen Sammler, Freunde. Wir sind bereit. Gut. Oh, Belagerung. Kampf der Belagerungswaffen hier. Daraufhin würde ich mal sagen, auf euch. Ah, Zwischenspeicher nicht vergessen, wenn es wieder abstürzt. So. Gut. Gibt es da vielleicht einen Sammler für 700? Boah. Da kann ich ihn auch selber bauen. Oder wirklich. Ja, sehr gut. Warum baut der keinen Sammler mehr nach? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Der kriegt da seine Verstärkung. Das ist ganz gut. Ja. Das ist zum Glück ein Spawner. Habe ich echt drei Flugzeuge? Ne. Ich habe zwei Flugzeuge. Das hätte mich schon gewundert. Das hätte mich doch gewundert, Freunde. Dann brauche ich noch einen Sammler und noch ein Fluchtzeug. Na ja, komm, hol erst mal den Sammler. So, dann hole ich mir jetzt einen Dieb. Dann sind wir jetzt noch ein paar Minuten. Ach, verdammt. Der macht den hier Schritt für Schritt kalt, ey. Oh man, Leute. Weißt du was? Ich stelle die Deviator gleich mal hier hin. Und hole mir gleich einfach mal die Sammler. Einfach mal so schwächen, den Gegner. Kriegst du einen neuen Sammler vielleicht? Nö, kriegst du Einheiten. Manneken aus dem Raumhafen, auch geil. Solange der da die Einheiten kriegt, ist da alles gut. Jo. Energie reparieren, schnell. Der geht bestimmt wieder auf meine Energie, bestimmt. Ich wette es mit euch. Oh, zum Glück habe ich den gerade noch fertig gekriegt. Ganz ehrlich, da wäre die Option nämlich weg gewesen. So. Genau dann, wenn ich jetzt keine Kohle habe zum Präparieren, ey. Ist wohl, das ist echt nicht wahr. Kommt da wieder mit so viel an. Ach, Leute. Ihr seid so gemein. So, gut. Dann. X-Forschungszentrum. Nachbauen gleich. Alles schön reparieren, Dorav hier. Ah. Jetzt hör doch auf. So. Jetzt hör doch mal auf hier alles. Der hat echt den Bau von dem platt gemacht. Ey, das ist unglaublich. Der wird plattge... Oh, drei Schallpanzer. Vier Schallpanzer. Sehr wohl. Schmuck unterwegs. Äh. Äh. Schmuck unterwegs. Nein, nicht das machen jetzt. So ein schöner Devigator, Mann. Dann trifft der auch noch nicht mal. Ah, doch jetzt. Okay. Oh, das hat sie jetzt wirklich gebracht, ey. Verdammte Hacke. Also wirklich. Der hat zu viel. Das ist zu viel, was der da hat. Ich glaube, den Söldner, den macht er gleich platt. Den Söldner gibt es nicht mehr lange, Freunde. Der hat jetzt wirklich noch keinen Bauhof mehr. Ja, der hat jetzt... Ich muss mich gleich wirklich hier... Äh, alleine durchkämpfen. Der wird platt gemacht, ja. Oh. Hol den ab direkt. Der will auf den Sammler gehen. Los. Hol den ab. Ja, natürlich. Die kriegt ihr, oder? Ach, du Scheiße. Zwei Schallpanzer, Freunde. Unser Stützpunkt wird angeboten. Drei Schallpanzer. Sehr gut. Ah. Ne, den muss ich noch. Den muss ich noch achtbauen. Ja, ich weiß. Ja, danke. Nummer Schallpanzer. Geh doch da weg. Geh da weg. Der geht nicht da weg. Ja, gut, dann... Äh, hallo? Bitte was? Ah, das war's jetzt wirklich mit dem Söldner. Okay. Ja, super. Da muss ich den jetzt halt hier hinstellen. Äh. Ne, Freunde, das möchte ich eigentlich nicht... Das muss ich leider nochmal laden. Es tut mir leid. Ich brauch die Söldnerverstärkung hier. Ich brauch die Söldner. Äh. Ähm. Das kann doch nicht angehen, dass er den hier platt macht. Ach, verdammt, Leute. Es tut mir leid, aber... Söldnerverstärkung brauch ich. Die brauch ich wirklich. Was hab ich denn hier so lange gebaut? Gut. Ich weiß nicht, was ich da gebaut hab. Auf jeden Fall brauch ich jetzt erstmal... ...ein Kampfpanzer, damit ich den hier hinten mal beschützen kann. Die Wehrtoren bringen im Moment nicht viel. Ach, Leute. Die ist die Scheiße hier, ne? Die ist die Scheiße. Ja, aber gut. Was will man erwarten? Es ist die letzte Mission, Freund. Pause. So, da ist der Atreides auf jeden Fall. Gut. Alles klar. Würde ich mal sagen... Kampfpanzer, komm schon mal hier runter. Ich muss da ein bisschen verteidigen helfen. Das bringt nichts. Ich muss da ein bisschen verteidigen helfen. Ich hab jetzt nur zwei Sammler. Aber das muss erst mal reichen, Leute. Bau weitere Quatsch. So. Gut. Hoffe ich mal, dass das wenigstens für eine Einheit reicht. Gut. Da kommt die Rakete. Vielleicht trifft die ja jetzt was anderes. Vielleicht trifft die ja jetzt gar nicht das. Stimmt. Ich hab den Deviator gebaut da damals. Das war das. Ja, ja. Damals, sag ich schon. Vor zehn Minuten. Das reicht für nichts. Scheiße dann. Und... Ah, meine... Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, Freunde. Gut. Das war... Das war besser. Das war besser. So, dann komm du mal hier runter, bitte. So. Dann muss der jetzt hier überleben. Der muss überleben. Der muss definitiv überleben. Leute. Ja. Alles klar. Das sieht doch schon besser aus. Gut. Dann kann ich jetzt wirklich in aller Ruhe hier... Das Geld sparen für... Ach du... Für die Sammler. Ja. So. Jetzt muss ich helfen. Jetzt muss ich helfen. Leute. So. Helfen wir hier. Mach die Scheiße hier weg. Los. Ja, das reicht nicht. Shit. Das reicht nicht. Aber der ist fast kaputt. Ja, komm. Tu doch was. Hat der noch die Sammler? Nein, hat er nicht. Aber ich hab ein bisschen verteidigen können. Ja, mein Freund. Aha. Leute. Ich hab doch... Ja. Ich muss Quatsch bauen. Ich muss einfach Quatsch bauen, glaube ich. Der repariert die Türme auch nicht, ne? Weil er keine Kohle mehr hat. Das ist das Problem. Der hat keine Kohle mehr. Ah, der mit seinen... Vier Schallpanzern, ey. Das ist auch so ein Ding, ey. Ah, der ist so teuer. Ne, ne. Okay. Gott sei Dank, Leute. Gut. Der Söldner muss unbedingt überleben. Hier, mach die Sadukas platt. Los. Das war's mit dem Turm. Genau, lass die Schallpanzer sich gegenseitig kaputt machen. Nein. Nicht den Bauhof platt machen. Leute. Nicht so weit außen rumfahren. Verdammt nochmal, ey. So. Ah, mach's schneller. Mach die Panzer kaputt. So, jetzt. So. Mann. Leute. Der Bauhof existiert noch. Das ist schon mal gut. Ja, toll. Der Raketenturm aber nicht mehr. Jetzt kann er sich nämlich gar nicht mehr verteidigen, ja. So. Scheiße, Alukas hier. Die kriegst du. Sehr gut. So, okay. Okay, dann diesen Schallpanzer da. Verdammt nochmal, ey. So. Gut. Würde ich mal... Ah, ich hab jetzt hier Kohle für... Das hier. Okay, sehr gut. Okay, dann... Oh, toll, ey. Wirklich. Ich hab keinen Bock, auf Söldnerunterstützung zu verzichten, ey. Ich brauch den wirklich. Ja, wieder voll auf die Energie, ey. Das ist so nervig, Freunde. Zu wenig Energie. Ih, halt die Klappe. So, Saboteur bereit. Ich repariere doch schon, wie verrückt. Nein. Ja, toll. Das war genau wie... ...vorher auch. Das macht er hier den ganzen... ...die Leute platt, ey. Verdammt nochmal. Nein. Jetzt macht er doch den Bau platt. Ich werd verrückt, ey. Ja, dann muss ich das wohl doch ohne Söldnerunterstützung machen, ne? Ja, Batsch. Ja, super. Toll. Gut. Dann muss ich jetzt einfach ein Hanfpunzer bauen. Und Quatsch. Ja. Jetzt ist der Raumhafen. Ja, alles klar. Gut, Freunde. Irgendwas mit den Söldnern, das krieg ich irgendwie nicht hin. Dann muss ich das doch jetzt wirklich, äh... ...ohne die Hilfe machen. Ja, super. Toll. Ich glaub, der hat eh nicht viel gemacht, ne? Ne. Das war's mit dem. Ja, leider. Der hat keine Kohle mehr, um irgendwelche Einheiten zu bauen, hier. Tja, muss ich auch jetzt alleine machen gegen drei Gegner. Super toll. Super toll, wirklich. Wenigstens, ja. Ich brauch eigentlich noch Sammler, aber... Ich hab jetzt nur zwei Sammler, oder was? Zwei Sammler und drei Flugzeuge. Das ist ein bisschen doof. Ach, Mann. Ah, ne. Ich hab drei Sammler, okay. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Na gut, dann soll der jetzt halt zu mir kommen. Dann ist der Söldner halt platt. Ich glaub, das ist vom Spiel auch so gewollt. Dass sobald der Söldner platt ist, dass die Angriffe jetzt ein bisschen weniger werden. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich glaub, das ist so gewollt von dem Spiel, weil das kann man doch unmöglich verhindern hier. Deviator, komm. Ah, die Sadukas, Leute. Oh, die sind so heftig. Nehmen wir den Kampfpanzer hier runter. Los. Ich glaub, aber alleine schaff ich das nicht. Ich muss das jetzt grad mal gucken. Gegen die ganzen Sadukas hier, ey. Der Panzer, der ist jetzt auch gleich kaputt. Boah. Nein. Fahr da drauf. Ah, immerhin. Wie so viele Manikken, ne? Ne. Boah. Vor allem, das ist heftig jetzt, was hier an Manikken ankommt. Das ist jetzt echt heftig. Ja, dann mach den da hin. Sardukas, vor allem. Vor allem Sardukas, Leute. Der Söldner existiert nicht mehr. Der hat noch hier unten diese Energie. Der Stützpunkt wird angegriffen. Super. Das kann ich mir alleine hier gegen drei Gegner durchschlagen. Toll. Ja.